Hallo, hier ist der Manuel von Squealer. Ich packe hier gerade meine sieben Sachen und fahre in die Tonbox, denn heute ist der letzte Aufnahmetag für die Bassspuren vom neuen Squealer Album. In diesem Sinne, dranbleiben, bis bald. Das ist dein Titel, ne? Ja. Wenn ich es jetzt versaufe, ist es mega peinlich. Das ist dein Titel. Ja, ja, sonst bist du so, ich habe geübt, guck mal, guck mal, ich habe geübt. Ja, genau. Ja, ich habe geübt. 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 Ja, ich habe geübt.